So, jetzt geht's los. Das zweite Container ist da. In ungefähr 30 Minuten kommt der Zoll und dann werden wir schauen, was mit dem Ausladen passiert. Aber ich hoffe, dass das Schilf in den beiden Containern genauso gut beieinander ist, wie es in den ersten beiden Schilf war. Der Zollbeamte hat schon die Schlösser kontrolliert und das ist gut. Die sind unversiegt. Das ist das entsprechende Zollsegel. Mit dem Freigeben des Zolls und dem Aufbrechen durch die Kraftfahrer ist die Ladung offiziell in Bulgarien angewiesen. Verste! Ein gewalt. Ein gewalt. Ja, das ist der Karte. Halt! 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 Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Ja, Sie können sehen, es ist ziemlich allabriert. Und die Bulgarien, die Englisch, die Deutschen und die Deutschen müssen gut koordiniert werden. Aber zusammen in dieser Babylonischen Lange werden wir es schaffen. Deine erste Read-Board. Was denkst du, wenn du diese Menge Read-Board gesehen hast? Das ist wie ein Traum von den Büchern. Ich lerne wie Kinder. Das ist ein tolles Job. Ein tolles Abenteuer. Erzähl mal dem Jungvolk, wie das ist. Mit 72 arbeiten wie ein 20-Jähriger. Es geht ganz leicht. Da braucht man immer vorneweg gehen. Wie hältst du das aus? Wie machst du dich fit? Wie hältst du dich fit? Gesund leben, gesund essen, gesund entspannen immer, Pauseneinheiten. Und dann klappt das auch. Wie geht es? 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 Nach drei Stunden, die Arbeit der Arbora-Expedition hat es geschafft. Wir konnten die drei Container-Bora-Expedition entlasten. Und, fortunately, 99% der Tortora-Sharit wurde in Bulgarien. Die Arbeit der Arbora-Expedition hat er... Bis zum nächsten Mal.